Messi und Ronaldo pauschen Teams. Was würde passieren? Das wäre das Team mit Leo Messi. Aliska dabei, Luis Gustavo dabei, aber sonst nicht wirklich krass. Und das wäre Cristiano Ronaldos Team. Ich glaube, die tun sich beide nicht so viel. Während das Ganze simuliert, Leute, lasst gerne einen Daumen da und lasst gerne ein Abo dafür, dass das beste Packlack in die AFC. Leo Messi bei Al Nasser schossen 36 Einsätzen, 17 Tore und 5 Torvorlagen. Insgesamt wurden sie auch Saudi-Arabischer Meister. Also Leo Messi hat schon mal gut vorgelegt. Aber wie sieht es bei Cristiano Ronaldo aus? Die Saison ist vorbei und CR7 schossen 33 Einsätzen, 15 Tore. Also ein paar weniger als Messi. Auch in der Eastern Conference wurde man nur dritter Platz und man flog sogar schon in der ersten Runde raus. Lasst ein Abo da, wenn ihr denkt, Messi war besser und lasst ein Like da, wenn ihr denkt, CR7 ist der Go.